Wir sehen heute Abend eine Ausstellung aus der Druckgrafik Dresden. Das sind alles Künstler, die sich selber zusammengetan haben in der Druckwerkstatt Dresden. Das sind verschiedenste Künstler, die Werke aus verschiedensten Epochen zahlen. Nein, nicht verschiedensten Epochen, sondern hier eigene Werke zahlen. Wir freuen uns sehr, dass die Ausstellung heute in Strumitzer ist. Es ist für uns ein besonderes Anliegen, dass wir unsere Kultur aus Deutschland nicht nur in Skopje zeigen, sondern auch in Deutschland. Insofern müssen wir gemeinsam durch die Ausstellung gehen. Wir kennen diese Künstlerkolonie in Strumitzer. Es gibt auch Kontakte, es gab auch schon deutsche Künstler hier, was uns sehr freut. Wir haben Partnerstädte in Deutschland, Dresden und Nürnberg, zwei Großstädte in Deutschland, mit denen es sehr enge Partnerschaften gibt, auch im kulturellen Bereich. Und da ist es sehr gut vorstellbar, dass man auch in Strumitzer so etwas enthandelt ist. Vielen Dank.